Hallo TheGamePute und vielleicht auch Zuschauer von TheGamePute. Ich bin der Chillax vom Self-XRD-Channel, bin 15, fast 16 Jahre jung. Meine Hobbys sind YouTube, Videobearbeitung, Bildbearbeitung, Homepage-Designing, Zocken und Freunde treffen. Momentan bin ich alleine am Self-XRD-Channel am Gange und mache jede Woche ein neues Video für euch. Videos wie Commentaries, After Effects-Tutorials, die noch nicht gekommen sind und Game Edits. Ziel auf YouTube, möglichst viele Zuschauer zu gewinnen, um meine Arbeit bewerten zu lassen, denn Subs sind mir egal. Ich möchte nur mein Feedback bekommen, um meine Arbeit zu bewerten zu lassen und mehr auch nicht. Dann danke ich TheGamePute zur Möglichmachung solcher Promotion-Aktionen. Ansonsten, ich bin raus, euer Chillax. Ciao.